So, hey ho, alles wieder da. Letzte Folge bin ich ja leider etwas getötet worden. Gut, aber das kommt halt vor. Das gehört dazu zu Minecraft Spielen und das tun wir hier. Wir spielen Minecraft von Minenarbeit.de. Ich bin der Vorbuddler und ich buddel euch vor, ihr buddelt nach. Und hier ist auch schon einiges zersprengend, Mensch. Hier wollte ich beim letzten Mal so schön langlaufen, aber das ist mir dann misslungen. Na gut, auch habe ich fünf Erfahrungslevel eingebüßt. Geht doch mal weg, du Feuer, du. Überall dieses Feuer, das ist immer das Blödeste dabei. Gut, habe ich denn, wo habe ich, ah, ich muss erstmal ein bisschen sortieren, ganz kurz, damit ich mein Kram auch immer finde, mit Tastendruck. So. Ja, Schwert brauche ich eigentlich gar nicht so richtig. Oh, schon wieder nur eine... Pickhacke dabei. Und dann machen wir eben... Ziehe ich mich auch mal wieder an, ne? Das ist mir sonst so ein bisschen... Oh, ich sehe, ich habe immer noch den Weihnachtsmannmütz auf. Oh, das wollte ich vielleicht mal ändern. Das wird mal langsam Zeit. Ich habe das gar nicht gemerkt. Du meine Güte. Naja. So kann es laufen. Achso, wo ist denn hier mein Koppelstein? Kann ich doch hier mal direkt wieder ein bisschen dicht machen, ein bisschen sicherer, ne? Wo ist denn überhaupt der komische Freak? Ja, aber es geht schneller mit der Hacke, ne? Ach, hier hat er alles weggesprengt, ne? Das war doch ein Gang in. Ach du mein, älte, jo. Komm, dann versuchen wir jetzt hier mal... Wie weit muss ich denn noch? Ah, da sieht es ja schon interessant aus, da hinten. Komm, ich buddel mich jetzt hier nochmal durch. Es muss gemacht werden. Ja, schnell, 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 damit ihr mich hier nicht seht. Oh. Hoppla. Äh, höh. Ja, gut. Das wäre dann fast in die Hose gegangen. Äh, hä, hä, hallo. Toll. Ja, super. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich das jetzt hier bewerkstellige. Ich sage... Ah. Vor allem, ich sehe immer noch leider keine... ...burgenartigen Strukturen. Gut, ich muss mich jetzt hier einfach weiter buddeln. Bisschen weiter hier rein, glaube ich. Und dann jetzt hier mal wieder da in die Richtung. Da ist immer noch Lava unter mir, glaube ich. Ach, ne, hier geht's runter. Gut, aber hier kommt man ja schon raus. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch okay hier. Was ist das denn da? Ist das da? Ey, es ist nur Soul Sand, ne? Hm, 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 hm. Gut, hier komme ich rum. Hä? Hau ab, Mensch. Ich bin doch in Ruhe. Ich gehe mal hier raus. Ich glaube, hier komme ich auch raus. Ein bisschen mehr... ...geschützt. Es ist ziemlich groß hier unten, aber ich sehe noch keine wirklich interessante Burg. Warum? Weil ich natürlich das Material haben möchte. Wobei, ich check das mal eben, ne? Kann ja sein, ich habe ja wirklich nicht viel gelesen und so in letzter Zeit. Ne, ich dachte, man könnte vielleicht mal so Steine bauen oder kann man das mit neuen machen. Ich weiß es nicht. Würde ich dann gleich mal ausprobieren an einer Werkbank. Wäre nicht klasse, wenn man aus Netherrack halt wirklich... ...sich auch, äh, diese ganzen Steinarten und so herstellen könnte. Weil ich mag die unheimlich gern. Finde ich echt ein schönes Material. Ja, das war aber gut jetzt, du. Du wärst mir fast immer in der Hacke gelaufen. Dann hättest du gedacht, ich hätte dich angegriffen und alle wären auf mich gekommen, aber... ...so war das doch gar nicht gemeint. So, hier geht es richtig, richtig, richtig nochmal weiter runter. Machen wir einfach mal hier mal weiter. Mal gucken, was wir da irgendwie rauskommen. Ja, sehr gut schon. So, sind wir unten an der Fackel, die da hinstellen, ne? Ah, wo sind denn die? Boah. Sehr gut hier. Aber leider keine... Also, ich find's gut, wenn man weit kommt im Netherrack, wenn man einen schönen Wege hat, wo man langlaufen kann und was erkunden. Das find ich gut. Äh, wenn natürlich jetzt hier keine... ...Burgen sind, dann ist das natürlich nicht so schön. Das ist mir eigentlich gehofft, dass man das auch findet, wenn es das schon gibt. Ist das wirklich Soulcenter, ja, ne? Wow. Da ist schon wieder ein Heini da oben. Ah, ich muss zurücklaufen, das bringt nichts, sonst sitze ich gleich noch fest. Ich muss dringend neue Pik... ...Hacken holen. Sonst kannst du das vergessen. Laufen, laufen, laufen. Da unten kann man natürlich auch mal lang gehen. Sieht auch noch relativ vielversprechend aus. Puh. Na, warum lauf ich nicht? Ich hab doch... Ich hab doch genug getankt. Also, kein Problem. Weil ich mit dem Kopf immer anstoße, warum es ist. Minecraft ist... ...ist und bleibt unergründlich. Hab ich noch ein paar Stufen dabei? Na, kann ich mal machen. Na, jetzt überhaupt Werkbank mal eben bauen. Wo ich schon mal hier bin. Meine Werkbank bauen. Oh, eh, wegen dem... Ups, wegen meiner Hacke. Eine Werkbank. Und dann nehmen wir noch ein bisschen... ...Sticks. Gut, dann stellen wir die Werkbank mal irgendwo hin. Hab ich eigentlich keine Kotteläts mehr doch da. So, bestellen wir die Werkbank kicken. Hier vorne direkt. Ja, ne. Oh, da hab ich auch kaum noch... ...ääh, kaum noch Koppelsteine dabei. Auch nicht gut. Hm. Erstmal fünf Stück. Nur noch zwei Pfeile. Ist ja super hier. Das soll was werden. So, dann nehmen wir mal hier... ...schmeißen wir mal ganze Zeug. Äh, hier. Ah, ich wollte ja noch ausprobieren, ob das vielleicht doch noch... ...ich habe da zwar keine Hoffnungen. Machen wir mal eben. Checken wir eben nochmal hier. Ich glaube nicht, dass das... ...dass das geht. Ne, da passiert nichts. Schade. Also müssen wir wirklich so eine komische Burg suchen... ...und finden vor allem. Das ist das große Problem. Ah, hier ist 20 Koppelsteine. Ja, komm, da hab ich auch noch einen Stack. Komm, nehm mich mal mit. Oh, das reicht ja erstmal. Komm, das schaffen wir schon. Hacken habe ich genug dabei. Stufen können später gemacht werden. Das ist jetzt nicht so. Ich will jetzt... ...bin jetzt heiß darauf, irgendwie... ...diese... ...so ein Dungeon zu finden. Ich muss nochmal hier eben gucken, wo man hier vielleicht weiter käme. Da hinten könnte man vielleicht lang laufen. Okay, weiter. Na, geht nicht. Das ist immer... ...bleib ich hier hängen. Gut, spare ich wenigstens ein bisschen Nahrung. Wenn ich nicht die ganze Zeit renne. Oder sprinte. Uah! Ey! Ich hab dir doch nichts getan. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich hab auch nur noch zwei Pfeile. Ey, super. Der ist jetzt in dem Lava-Fall. Im Lava-Wasserfall sage ich immer dazu. Aufhören. Du kriegst mich eh nicht, wenn ich renne. Ah. Schon bin ich weg. Wieder Blitz. Okay, sind wir hier unten wieder. Hier hab ich aufgehört mit meiner Tour. Mh, 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 mh. Hier sollte es weitergehen irgendwie, ne? Ah. Hier mal eben runterbuddeln. Oh. Das war viel zu viel. Ah, das auch. Ich hab immer ein bisschen Angst, deswegen bin ich immer so ein bisschen störrisch hier im, im Nether. Das ist nicht so, ha. Komm. Okay. Fackel. Reine Vorsichtsmaßnahme. Aber jetzt renne ich hier mal weiter. Wer hat schon wieder beschossen. Was möchte ich doch in Ruhe? Hier geht es irgendwie runter. Da ist aber nix weiter. Hier in Sicherheit. Weiter. Oh la la. Oh la la. Aber. Weit und breit. Weit und breit, keine Burg zu sehen. Abgesehen von meinen lustigen Pilzen hier. Das war ein Experiment. Das wird nicht so bleiben. Ah, da hinten ist glaube ich Glowstone, den man erreichen kann. Wenigstens etwas. Und wo geht es denn da noch lang? Das ist doch auch noch interessant. Okay. Mal hier, mal hier noch so ein Fackel hinhängen. So. Glowstone kann man sich holen. Oh. Hast du das gesehen? So was, so was Unverschämtes, ne? Oh. Ah, und nur noch zwei Pfeile. Das ist doch zu wenig, Mensch. Jetzt hänge ich hier fest. Lass mich doch in Ruhe. Ah, nee. Scheiße. Ah. Ich habe auch wieder das böse Wort gesagt. Liebe Kinder. Ne? Das Schwort. Das darf man eigentlich nicht sagen. Das ist ein ganz böses Wort. Genau wie der Typ, der mich da die ganze Zeit beschießt. Na gut, hier komme ich jetzt nicht weiter. Ohne Waffe, ohne ist, äh, ein bisschen doof. Da, immer wieder. Ja, schieß doch. Äh. Ja. Fies, ne? Hm. Das ist ganz blöd. Gut. Äh, würde ich sagen, ehrlich lange feststecken. Einfach gucken wir mal in eine andere Richtung laufen. Ja, Jungs. Lass mich mal schön in Ruhe. Guck mal, hier kommt man mich auch nochmal rüber. Äh. Und auf jeden Fall ist hier auch Glowstone ohne Ende. Ah, da ist doch wieder der Typ. Hau ab. Gut. Ist denn da hinter diesem Glowstone noch irgendwas, wo man hinlaufen kann? Noch ein Gang oder so? Oh, weia. Jetzt bin ich aber hier voll in der Schusslinie von zwei. Jetzt machen die mir auch gleich nochmal ein Glowstone kaputt. Ich guck mal, dass ich vielleicht hier runterkomme. Ist denn da noch irgendwas da unten? Nix. Kein einziger... Keine einzige Festung, Mensch, Leute. Das kann doch nicht sein. Ich bin erlüchtert, sozusagen. Hä? Das ist doch wirklich jetzt... Das kann doch nicht sein, dass da so wenig... Geh weg. Ja, danke. Guck mal hier lang. Guck mal hier um die Ecke. So. Jetzt lass mal sehen. Da oben ist nix. Nee, gar nix. Gar nix. Gar nix. Da unten. Das ist ein Dasu. Auch nix. Ah, hilft nix. Da muss man nur weiter buddeln und noch weiter buddeln. Äh, auch mal was essen, bitte. So. Das nützt nix. Da muss man mal weiter buddeln und darf man nicht aufgeben. Außerdem hab ich mich auch ein bisschen verlaufen. Ich muss mal gucken, dass ich hier auch wieder zurückkriege. Oh. Hör auf. Ich will nicht brennen. So, was bin ich hier eigentlich wieder? Hier ist, glaub ich, alles nicht so schlimm. Boah, ey. Das ist aber wirklich fies, ne? Da unten komm ich jetzt nicht weiter. Da werd ich verfolgt. Oh. Da wartet auch schon wieder einer auf mich. Mann. Leute. Gut, dann mach ich jetzt Plan B, was weiß ich. Laufe nochmal zurück und dann versuch ich's in die andere Richtung ein wenig. Hier ist mir gerade zu viel Gesprenger. Das bringt ja dann nix. Na. Los. Los. Hoch mit dir. Ja, da hinten war ich nämlich. Da hab ich schon reingeguckt. Es ist sehr weiträumig. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also es ist... Man kommt schon mal ein bisschen weiter weg. Trotzdem. Oh. Oh, da unten ist so ein Spring... 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 Quark. Da. Da unten war so ein Spring-Quark-Tier. Feuerquark. Wo ist er denn jetzt? Da war er denn irgendwo. Hopp. Hallo. Ich hab' deutlich gesehen, dass da so... Ui. Da sind die aber auch noch... Ha. Ich hab' gar nicht gesehen. Meine Güte nochmal. Sind ja dieses... Diese... Diese Ruinen-Städte... Sind die denn eher... Oben oder mehr unten? Im Nether. Hier war doch so ein... So ein... Vieh. Wo ist denn das hin jetzt? Lock mich hier in die Falle. Also bin ich auf jeden Fall schon mal hier unten. Und da ist ja unser Ausgang. Kann ich ja hier nochmal eben gucken, ne? Guck mal, da geht's ja auch noch schön rein. Oh. Wo geht's denn hier noch lang? Komm, lass da mal hier noch so'n schönen Gang sein. Auch schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, das führt uns nicht zu irgendeiner interessanten Stelle. Nein. Hm. Da unten. Was ist denn da unten? Lungen wir da noch runter? Es ist irre, ne? Boah. Da hinten ist wieder ne Qualle. Vorsicht. Aber die hat uns gleich gesehen. Mist. Und dann nochmal eben hier gucken. Vielleicht haben wir ja... Ist ja doch noch was. Sag erst nicht so aus, ne? Mann. Boah. Jetzt sind wir wenigstens wieder ein bisschen sicher. Glaub, die ist weg, die Qualle. Ich lauf mal zurück. Ich weiß nicht, das Loch hier weiß ich nicht. Ich guck mal, versuch... Äh. Oh. Oh. Da ist ja schon noch was. Okay. Lohnt sich vielleicht doch noch, da runter zu klettern. Vielleicht hier lang. Aber immer noch keine... Blöde. Na toll. Geh weg. Muss ich eigentlich hin, wenn ich zurück will? Oh Mann. Ja, Leute. Ich steck hier schon wieder richtig fest. Ich weiß überhaupt, wie ich wieder zurückkommen soll. Haaai. Boah, Wahnsinn. Ah, hilft nix. Ich muss hier weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Und, äh... Bis ich dann so im blöden... Ja, so eine blöde Stronghold da gefunden hab. Oder wie auch immer. Ruine, Ruinstadt, Netherburg. Ich weiß es nicht, ne? Das ist ja auch einer der Gründe überhaupt, warum wir die zweite Staffel angefangen haben. Um diese neuen Sachen hier zu checken. Und einzubinden in das Spiel. Und wenn ich die aber jetzt nicht finde, dann ist es aber übel. Äh... Ich weiß auch nicht. Ich glaub, ähm... Ich mach jetzt einfach mal ein bisschen weiter und such mal... Und such und such und such und such. Und beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, äh... Hoffe ich mal, euch ein Ergebnis präsentieren zu können. Entweder ich hab dann eine tolle Burg gefunden oder ich bin wieder draußen. Und dann bauen wir wieder, was weiß ich, Kühe melken machen wir dann. Und sonst was. Mal sehen. Ach, da hinten muss ich hin. Da muss ich hin. Ja, ja, ja. Gut, ich versuch mal hier runter zu hoppeln. Ja, gut, mach's erstmal dann, äh... Schön und so. Bis zum nächsten Mal. Und... Drück mir die Daumen, dass ich hier nochmal irgendwas finde. Wäre doch mal ganz schön. Ich renn da jetzt runter. Hö. Oh, Soul Sand. Oh, oh, oh. Ah. Ihr seht schon, das gibt eh nix mehr mit mir. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Oh, Gott. Ciao. Baby, vor Country. Vielen Dank.